Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Zeuge, der euch ein bisschen weise bleibt. Ich habe auch ein anderes Mikrofon drin als sonst, nämlich das, was ich vorher benutzt habe, weil mein Mischkuh gerade eine Garantie ist und ich deswegen nicht mit meinem Rohde aufnehmen kann. Also nicht, weil wenn die Pound 20 bis nachmischt. Ich wollte machen, dass man die Tabliste per CFG machen kann. Also setze ich erst hier, ne? Pile. Los. Pile, Pile. Live. New. Pile. 3 Un. Plus. Mis...' Auf was, die Glas sind ja einfach auf flaggen.w Plus ein Komma im Tab ist Punkt Ryan L L Consiguation Sie V Leich Jan A Oh Hi G Punkt Et Punkt Tap List Punkt Futter Und W Punkt Et Default Tab List Punkt Futter Und Punkt Lasst alles zusammen Das machen wir mal zu rund, damit die Spieler das auch sehen können. Wir brauchen hier auch keine Methode einbauen, die haben wir ja schon drin. Get String Tap List Punkt Head Down Save Punkt Get String Tap List Punkt Find Futter Noch Este аго nicht Futter schwer ode Tom Covid fou die Be Wars Fell Dann noch die Try-Catch-Methode rum, und Export, dann Adventskalender, Start, Achja, Ich mach mal kurz eine Urlaubspause, also wenn morgen kein Video kommt, liegt es daran, dass der Computer noch nicht rechtzeitig eingerichtet war. Da weicht jetzt mein Mainboard auf, also neu. Mein PC wird sich ein bisschen verbessern, zur nächsten Folge. Kein Fehler, auch schon mal schön. Er ist auch relativ spät, oder eher früh. Wie ihr seht, wir können für den 23. und 4. jetzt testen. Dabei fällt mir gerade auf, wir haben es noch gar nicht abgerufen zum Glück, weil hier das soll gar nicht überhoben, sondern in. Plug in. Den Plug-In zu ordnen. Speicher. Export. Reload. Da. Wie ihr seht, wir entfassen da halt auch hin. Ja, unsere Tab-Liste da. Hier der Ort nach Tab-Liste. Ich muss an den Kalender. Hier ist auch das, wir reingeschrieben haben. Gut. Jetzt habe ich das gerade aufgefallen. Slash. Hat. Wenz Kalender. Slash. 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 Genauso wie der Tattelschirm. Dann 23 und 24. Und wie ihr seht, klappt auch noch jede andere Zelle. Ich wähle jetzt einfach beliebig aus und mache 24 nochmal. So, damit ist das wohl auch geklärt. Eigentlich wüssten wir jetzt noch ein paar Events kennen, die machen wir auch schnell. So, ich habe neue Class. Das ist ntt. Damage Event Untertitel. Das ist nil. So. Change. Implement. Add Event Händler. Ab. Leg. Void. Und. Damage. This is End. T. Damage. Event. Das reicht eigentlich aus. Ich muss noch eine Void-Abfrage machen, aber das lassen wir jetzt mal, weil wir gehen darauf aus, dass es eine normale Welt ist, wo man sich in Void fallen kann. Dann gehen wir hier. Man kann die anderen natürlich vorsichtshalb auch noch alle canceln. So gucken, ob wir inzwischen schon gestorben sind. Gut. Dann haben wir das schonmal. Und dann das Entity Spawn Event. Entity Spawn Event Unterstrich Liste Neon. Und dann machen wir hier damit keine weiteren Lego Wesens spawnen. Erstmal. Und hier machen wir jetzt natürlich. Wir implementieren. Add Event Händler. Pub. Leg. Reut. Und spawn. Wir können jetzt mit Void-Abfrage fragen, ob was von Type ist und das nicht canceln, aber wir machen jetzt einfach mal set. Oh ja. Und spawn. Das ist das Entity. Born Event. E. Hier. E. Font. Cancel. True. New. Entity. This. Export. Slash. Reload. This. Difficulty. And. Summon. Snowman. Wie ihr seht. Das nicht. Das kann ich versporen. Das Damage Event wurde auch gecancelt. Wie ihr seht, ich hatte falsche Damage bekommen locker. Habe kein Damage mehr bekommen. So. Äh. Ich kann nichts mehr aufbauen. Wir ergriffen die Maps ein bisschen. Z-Block. Wie ihr seht, ich sterbe auch nicht durch Lava, weil ich kenne Menschen mal. Jetzt steuere ich nochmal. Und freutig sind auch weg. Gut. Das wollte ich nämlich nochmal gucken. Und jetzt ist die Tablist hier drin. Gut. Gut. Dann kann ich das auch öchsen. Rechner. Mal gucken, ob das klappt. So viel viel klappt alles. Und damit, auch wenn die Folge heute nur 30 Minuten gegangen ist, beende ich das Plugin. Veröffentliche es bei Gelegenheit auch. Also schau um es jetzt mal euer Let's Playbar. Apa B. B.